Ja! Wollen wir schneller? Wuh! 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 Die Ein Handy vor der Meckas abgegeben. Na, jetzt habt ihr ein Stück die Schnauze fallen. Jetzt habt ihr die Schnauze fallen. Beide rein. So, aber wer hat sein ganzes Geschirr verloren? Sonnenbrille. Zulockmanee. Handytasche. Schnüffeln mit dem Trecker. Dann, wer hat's verloren vorbei? Uh, jetzt! Da, eins, Mönchchen! Na komm, jawoll, kannst du mit dem Handy abholen. Jawoll! Jetzt, aber! Na, na, na... Na, 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 na... Anika! Du kannst hier deinen Dersenal-Ausweis bei mir abholen. Jawoll! Annika am 8... Ey, du hast noch den selben Geburtstag. Ey, ich hab genau an den selben Tag Geburtstag. Nur, dass ich zwei Jahre älter bin. Ja. Annika am 11.05.94 geboren in Heidel. Ja. So, komm, dann machen wir es mal. Na los, ab, 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 ab. Na los, los, los! A los, los! Wien! Arnie, ich hab noch die Quelle. Kannst du die Lernerbunner? Na los, los! Ja, komm, na komm. Annika am 11.05. Bedeut! 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 Die Kugel ist in der Kugel. Jawohl! 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 Das war's! Ja, Baby!